Mein Name ist Thomas Rapp und ich bin Ihr Talentgewinner aus Tauberbischofsheim. Mit meiner Agentur Talentgewinner vertrete ich die Entwicklung eines neuen, erfolgreichen und vor allem nachhaltigen Verständnisses in der Mitarbeitergewinnung. Meine Frau und ich stehen als Unternehmer, Coach und Berater dafür ein, den Menschen als den wesentlichen Erfolgsfaktor im Recruitingprozess zu manifestieren. Der Mensch muss zur gestellten Aufgabe und vor allem zum Unternehmen passen. Allein das ist der Garant für eine hohe Employee Lifetime Value. Wir nutzen die Zeiten von New Work und von Digitalisierung, um über die Social Media Kanäle typologiegerechte und individuelle Ansprachewege für die Bewerber aufzubauen. Und dies stellt die Schlüsselstelle und auch den Erfolgsfaktor im Recruitingprozess dar. Recruiting einfach mal neu denken, denn Recruiting ist mehr als Post and Pray. und dann trache, recht gut aufuito толjen Runa ansprachewege